Welt der Werkstoffe TORC – Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Heute darf ich Prof. Dr. Peter Eyrer ganz herzlich zum TORC begrüßen. Herzlich willkommen. Gerne. Freue mich. Wir hatten das schon ein bisschen länger geplant, uns hier zu treffen, aber glücklicherweise sind jetzt die Inzidenzzahlen so, dass man auch tatsächlich bedenkenlos reisen und sich auch hier treffen kann. Impfungen auch schon hinter sich, von daher freuen wir uns auf diesen TORC hier heute zusammen. Aber es wird natürlich schon einen ganzen TORC füllen, wenn wir nur über die verschiedensten Stationen in Ihrem Leben sprechen würden. Aber so ein paar markante Eckdaten möchte ich natürlich für alle Leute, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, mal nennen. Ich hatte mir aufgeschrieben, von 1979 bis 2006 hatten Sie den Lehrstuhl für Werkstoffkunde der Metalle und Kunststoffe der Uni Stuttgart inne und waren dort auch Direktor des Instituts für Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde, IKP. Und dann seit 1994 waren Sie ja darüber hinaus auch noch Leiter des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie, ICT, in Fitztal bei Karlsruhe. Und ich glaube, da sind Sie bis heute wirklich immer noch aktiv, richtig? Richtig, da bin ich fast täglich. In Corona-Zeit weniger, aber dann bald wieder. Genau. Und wir brauchen das, glaube ich, nicht verschweigen. Seit 2006 sind Sie eigentlich schon pensioniert. Richtig. Und trotzdem immer noch mit vollem Elan dabei und zu helfen, die Wissenschaft nach vorne zu bringen und diese Erde zu einem besseren Ort zu machen, wie ich das auch weiß von Ihren nebenberuflichen Aktivitäten, wo Sie auch sich viel um Jugendliche kümmern. Aber das soll ja heute nicht so sehr das Thema sein. Wir sind ja im Werkstoffe-Talk. Das heißt, wir hatten uns ja darauf verständigt, über das Thema Polymer Engineering zu sprechen. Und Sie haben ja da auch ein Standardwerk zugeschrieben, kann man sagen, ein dreibändiges Werk mittlerweile, über die Jahre, glaube ich, auch gewachsen. So peu à peu. Richtig. Mit über 1300 Seiten. Ein Band. Genau, alles, was man rund um Polymer Engineering wissen sollte. Das werden wir ganz ehrlich heute nicht alles aufrollen. Wir wollen uns nur so ein paar Themen nähern, die bestimmt drängend sind für die Gesellschaft insgesamt und für diese Welt vielleicht auch. Aber vielleicht müssen wir mal einsteigen mit einer Definition. Was meint eigentlich Polymer Engineering? Polymer Engineering meint den gesamten Produkt, Entwicklungs-, Fertigungs-, Oberflächen-, Nutzungs- und Recycling- und Entsorgungsprozess. Also das ist Polymer Engineering oder Produktengineering, wenn wir es nicht auf die Kunststoffe fokussieren. Und ich meine, heute sind ja auch andere Begriffe eben modern, sage ich mal, sowas wie zirkuläre Wertschöpfung. Das wäre allerdings nur ein Teilaspekt davon. Das ist ein Teilaspekt, die Kreislaufwirtschaft auf Deutsch. Ja, genau. Wo man sagt, es geht natürlich auch darum, dass ich sage, okay, wenn ich diesen jetzt Kunststoff auswähle, dann möchte ich natürlich, dass er am besten auch nach Ende des geplanten Lebenszyklus auch wieder da für dieselbe Anwendung eingesetzt werden kann. Aber jetzt haben Sie ja ganz, ganz viele andere Themen eigentlich auch schon genannt. Richtig, richtig. Aber womit geht es denn eigentlich los? Also was muss ich jetzt also als Jungingenieur eigentlich mal verstanden haben? Womit muss ich mich beschäftigt haben, wenn ich Polymer Engineering wirklich ganzheitlich betrachtet machen möchte? Das gibt jetzt verschiedene Antworten, aber ich gehe mal in der Definitionskette entlang. Und dann sind die Rohstoffe das erste, mit dem ich mich beschäftigen muss. Habe ich einen petrobasierten Rohstoff oder habe ich einen biobasierten Rohstoff zum Beispiel? Nach den Rohstoffen sind dann oft die Halbzeuge mit schon Verarbeitungsstufen auf dem Buckel das nächste Rohstoffe und dann die Werkstoffe. Also Rohstoffe wären für Sie schon eigentlich die Quellen sozusagen, die wirklichen Erstrohstoffe, aus denen dann aber erst die Kunststoffe gewonnen werden. Dass ich weiß, wo kommen die eigentlich her? Richtig. Auch was Sie hinterlassen, die eigentlich für den Fußabdruck sozusagen. Also vernichte ich damit jetzt fossile Brennstoffe oder kommt das Ganze jetzt aus nachwachsenden Rohstoffen? Brauche ich das jetzt, also genau für welche Bewertung ist das jetzt wichtig? Ist es tatsächlich für die Eigenschaften wichtig? Ja, ich meine vor allen Dingen die Eigenschaften, aber dann auch im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung. Da können wir dann auch noch kurz sagen, was ganzheitlich in meinem Sinne heißt. Ja, gerne. Muss ich ganz vorne anfangen und mir bewusst sein, was habe ich für Folgeeigenschaften aus dem Produkt in meinem Bauteil dann später? Und was habe ich für umweltliche Lasten an Abraum, an Emissionen bei der Rohstoffherstellung und so weiter? Das sind wichtige Dinge, die ins Engineering hineinspielen und deshalb zu berücksichtigen sind. Also ich fange nicht erst bei der Verarbeitung an nachzudenken, sondern eigentlich muss ich ja auch schon gucken, bis hin unter welchen Umständen wurde das abgebaut, Kinderarbeit etc. Exakt zum Beispiel. Werden damit Landschaften womöglich ausgebeutet? Gesundheit und Arbeitsplätze, also auch Soziales, richtig. Und ich meine, das ist ja natürlich auch ein Bereich, ich weiß jetzt mal bei uns in der Fakultät, gibt es jetzt erste Ansätze, auch Module wie Ethik anzubieten, in denen man erst mal anfängt, auch sich über solche Gedanken oder solche Themen Gedanken zu machen. Und das Schöne ist, dass die Schüler, die hier hinkommen und studieren wollen, auch sensibilisiert sind langsam für solche Themen. Richtig. Die wollen das auch verstehen. Während das ja zu unserer Studienzeit wird das Thema nie angesprochen. Nein. Und natürlich sträflich eigentlich, weil man jetzt glücklicherweise fängt man also an, sich über diese Gedanken, diese Themen Gedanken zu machen, aber da muss sicherlich noch viel mehr passieren. Ja. Also ich habe das in der Industrie gelernt. Ich war nach dem Studium fünf, zehn Jahre in der Industrie, später dann wieder. Und da war man jetzt nicht umweltlich schon so weit damals, 1970, sondern es war einfach erforderlich der Eigenschaften wegen. Ja. Und deshalb kam dieser Ingeniering-Gedanke eigentlich aus der Praxis. Ja, weil was ich mir vorne irgendwo einfange, kann ich jetzt hinten nicht immer wieder ausbügeln. Ich muss eigentlich schon wissen, wenn ich diese Wahl treffe, was erwartet mich dann. Ja. Und dann sagten Sie, okay, dann kommen wir dann im Prinzip dann zu den Eigenschaften der Kunststoffe. Richtig. Wenn wir die Rohstoffe haben, dann brauchen wir Rezepturen, dann kommen die Additive ins Spiel. Ein ganz wichtiges Thema in jeder Beziehung, umweltliche und Eigenschaften, wir wissen das. Ja. Verarbeitung und, und, und. Überall gibt es Additive und manche davon sind richtige Übeltäter. Wie sich herausgestellt hat in den letzten Jahrzehnten eigentlich dann erst. Und danach haben wir dann den Werkstoff. Da kommen Verarbeitungsverfahren verschiedenster Art, verfahrenstechnische Prozesse, mischen, rühren, kneten und so weiter. Ich bremse sie trotzdem wieder aus, wenn ich darf. Ja bitte, jederzeit. Also, wenn wir jetzt zu dem Kunststoff kommen. Wir hatten ja auch hier schon Gäste gehabt, wo wir über verschiedene Additive auch so ganz Klassen gesprochen haben. Aber wie viel muss ich eigentlich wissen über Kunststoff als Werkstoff und wie viel macht das ganze Thema Additive, Füllstoff etc. aus? Und was ist vielleicht auch besonders wichtig jetzt bei, wenn wir um Eigenschaften von Kunststoffen sprechen? Weil die meisten lernen ja klassisch nach wie vor erst mal Metalle kennen als Werkstoffe und versuchen dann dieses Wissen ja auch irgendwie zu übertragen auf andere Werkstoffklassen. Gibt es da irgendwelche Sachen, wo Sie sagen würden, das ist also ganz, ganz wichtig im Hinterkopf zu haben, wenn man an Kunststoffe denkt, wenn man an Kunststoffeigenschaften denkt und wie wichtig ist eigentlich dieses Thema Additive? Also eine pauschale Antwort kriegen Sie von mir nie, weil Kunststoffe so ein breites Feld sind, wir müssen es konkretisieren und wir könnten jetzt, ich greife mal einfach. Aber das ist ja schon eine Antwort, das ist ein Teil der Antwort. Ne, das ist richtig, ein ganz wichtiger. Ich nenne mal zwei, drei Beispiele und dann können wir beliebig vertiefen, na beliebig, so wie mein Wissen es halt hergibt. Ich nenne mal eine Hüftpfanne. Und ich nenne mal einen Fensterrahmen und ich nenne mal einen Zahnkranz für ein Trennrad. Das ist also jetzt wirklich drei verschiedene Richtungen. Dann haben wir bei der Hüftpfanne, wo wir das Polyethylen, ein besonderes, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, dann implantieren, legen wir größten Wert, dass keine Additive drin sind. Wir konnten vor 40 Jahren nachweisen, dass in dem Polyethylen Rückstände der Emulsion drin sind, also Dieselöl. Definitiv nachweisbar. Und wir konnten zum Beispiel, ich will es nicht vertiefen, sonst haben wir jetzt eine Implantatvorlesung. Das ist auch nicht schlimm. Und haben dann nachweisen können, dass über zehn Jahre Implantationszeit oder über 20 das sukzessive abnimmt, also in den Körper übergeht. Das ist ein Beispiel. Ein Additiv. Wir hatten mal seinerzeit, ähnlich lange her, Reste von Katalysator nachgewiesen, der dann an der Oberfläche dann richtig schön zur Riefenbildung geführt hat, weil er anorganisch hat. Jawohl, jawohl, zum Beispiel, richtig. Also da am besten diese Anwendung, klar, möglichst rein, möglichst additiv frei. Richtig. Wobei das nicht möglich ist. Da haben wir schon die Rohstoffherstellung, die Polymerisation. Dann haben wir einen Fensterrahmen, habe ich gesagt. Da haben wir Alterungsstabilisatoren notwendig. Meistens aus Polyvinylchlorid, PVC, und da haben wir Blei-oxidische Additive verwendet früher. Heute Kalziumzink. Genau. Und haben dann gelernt, dass der Regen, das Wasser, das von der Außenseite auf das Fenster über 50 Jahre soll erhalten und 30 hält er auch locker, dass der Regen und das Wasser dieses Blei-oxid auswascht und in die Umgebung, in den Garten oder sonst wo bringt. Und dann mussten wir andere Altersschutzmittel erproben und entwickeln. Ja, noch schlimmer, es war ja sogar auch in Trinkwasserleitungen, was ja auch mit drin gewesen ist. Richtig, genau. Und dann hatte ich als letztes gesagt, ganz was utopisch Modernes. einen Zangkranz aus einem Leichtbauwerkstoff zu machen, das meine ich nicht Titan, obwohl das der Stand der Tour de France derzeit ist. Ich meine Kohlenstofffaser verstärkt. Und dann sagt man ja, so ein flächiges Teil geht ja gar nicht. Es geht. Und dort haben wir entsprechend unterschiedlichste Folgeschritte des Polymer-Engineerings. Da könnte man jetzt gern weiter drauf eingehen. Aber wir waren erst bei den Additiven und da haben wir bei dem Zangranz, haben wir Epoxidharze als eine Möglichkeit, also duroplastisch. Oder wir haben inzwischen neueste Varianten, sogenannte Kommingeltjans, wo Thermoplastfasern, zum Beispiel PPS, Polyphenylensulfid, eingewoben sind in die Kohlenstofffasern und dann durch entsprechende thermische Aktivierung in die Schmelze kommen und zur Imprägnierung führen. Und geformt werden können. Und dann gewickelt oder geformt, genau. Wobei natürlich bei so einem Kohlenfaser verstärkten Kunststoff der größte Anteil ja tatsächlich dann additiv ist, in Form von Kohlefaser. Richtig. Der Kunststoff ist dann ja eigentlich an der Stelle so ein bisschen nur das Bindemittel, die Eigenschaft, die Performance kommt ja über die Faser. Exakt. Und das ist ein Verstärkungsstoff, sagt man. Weniger additiv, aber es ist ein Additiv, es wird zugefügt. Aber ich fand Ihre Bemerkung so gut, dass Sie sagten, ja wir sprechen ja von tausenden von verschiedenen Kunststoffen und das ist ja so ein bisschen auch die Krux. Die Leute kommen her und sagen, ja ich habe hier ein Polyethylen. Fluch und Segen. Ja und welche Eigenschaften hat das denn? Da sage ich, ja was haben Sie denn für ein Polyethylen? Also erstmal gibt es ja da nochmal eine ganze Familie und auch dann welches Molekulargewicht, Molekulargesichtsverteilung, welche Additivierung und so weiter. Welche Verzweigung. Ja genau, also all das, sodass man also tatsächlich die Vielfalt noch viel größer ist, als man sie schon bei den metallischen Werkstoffen kennt. Also die meisten stöhnen ja schon bei Stählen, wie viele es da gibt, aber naja ganz so viele werden dann in der Praxis doch nicht genutzt und da sind dann die Eigenschaften doch sehr, sehr sauber beschrieben. Richtig. Und variieren nur in kleinen Bereichen und bei Kunststoffen, wenn ich jetzt ein E-Modul nehme oder eine Festigkeit und einer sagt mir, ja aber das ist jetzt hier 10% niedriger, dann sage ich ja 10% ist bei Kunststoffen gar nichts. Genau. Dann könntest du froh, wenn das nur 10% ist, ist alles im Rahmen. Exakt. Also das ist so zum Thema Eigenschaften bei Kunststoffen, dass es tatsächlich eine etwas anders geartete Welt ist, obwohl man mit zum Teil ganz, ganz ähnlichen Verfahren natürlich auch dieselben Definitionen benutzt. Wir arbeiten auch mit E-Modul und Festigkeiten und so weiter. Aber hier vielleicht ein kurzer Hinweis auch oder ein vertiefter Hinweis auf den Fluch und Segen. Der Fluch dieses Werkstoffs nach Maß, es wird für jede Anwendung, kann je nach Additiv, je nach Mixtur, je nach Mollmasse und so weiter und so weiter, wir haben 100 Parameter, kann der Kunststoff entwickelt, individuell für den Bedarf entwickelt werden und das ist positiv und das hat uns jahrzehntelang getrieben. Ja, wir wollten, das ist ja der Ingenieur an sich, will es einfach immer, die bestmögliche Performance einig haben. So sind wir konditioniert worden. Und der Fluch ist, dass wir jetzt eine Mixtur haben im Abfall, überall weltweit, dramatisch und zu wenig Masseströme haben, nicht sortenrein sind und damit zwangsläufig, wenn wir denn dann mal ein bisschen Recycling machen, obwohl es in aller Munde ist, aber es ist mengenmäßig immer noch ziemlich weit hinten, aber es ist dann ein Vermischt, es ist ein Mix, vermischte Kunststoffe und die haben zwangsläufig niedrigere Eigenschaften und dann sind wir bei dem Begriff Downcycling und eigentlich sollten wir uns zum Ziel setzen, Upcycling zu machen. Ja, oder eben dieses Thema zirkuläre Wertschöpfung, also hier in der Anwendung eigentlich bleiben. Aber genau, wie Sie sagten, also das eine ist ja, man hat ja schon Probleme genug, also die verschiedenen Kunststoffsorten auseinander zu dividieren, aber wenn ich denn jetzt nur PVC hätte, dann ist die Frage, ist das jetzt eine Rohrrezeptur oder eine Fensterrezeptur oder eine Küchenmaschine oder was ist es denn? Und da hilft es natürlich immer, wenn es schon ganz konkrete Rücknahmesysteme gibt, ich weiß für Fensterprofile gibt es das, dann weiß ich, das ist eine Fensterprofilrezeptur. Aber langsam. Ja, aber die kann ich zumindest ansatzweise. Richtig. Ansatzweise, aber immerhin. Aber es ist eine mit dem Bleistabilisator. Unter Umständen, unter Umständen, was dann zu prüfen wäre, da laufen wir noch in andere Probleme rein, aber ich sage mal von der Denke her, klar. Und wir erleben das ja, es gibt ja wenige Positivbeispiele wie PET-Flaschen. Ja. Dann habe ich ein Rücknahmesystem und ich weiß, es ist jetzt eine PET-Flaschenrezeptur, also kann ich es auch wieder eins zu eins zu einer PET-Flasche weiterverarbeiten. Also natürlich gibt es immer ein bisschen Feintuning auch da zu machen, aber es ist einfach nicht irgendein PET, sondern es ist eine Flaschenrezeptur. Aber ich hole schon Luft. Der Kunststoffgegner, der ich nun wahrlich nicht bin, aber der Kunststoffneutrale, der sagt, naja, wie lange ist es dann im Einsatz, das PET? Wo stand es denn in Sizilien außen vor dem Kiosk und die Sonne hat drauf gebrütet? Und wie ist die Mollmasse und wie sind die niedermolekularen Produkte und gehen die ins Wasser? Oder war es in Schweden oder Finnland? Ja, also auch das in einer globalisierten Welt kommt natürlich auch noch als Schwierigkeit on top. Ja. So, also jetzt haben wir aber so ein bisschen die Eigenschaften abgefrühstückt. Genau. Was kommt dann in der Kette des Polymer Engineering? Ja, wenn wir einen Granulatsack haben oder einen Pulversack, dann wollen wir ja ein dreidimensionales Produkt in aller Regel draus machen. Also brauchen wir eine Verarbeitung. Die Verarbeitung muss man aber nicht isoliert nennen, denn ohne Werkzeugtechnik und ohne vorherige Konstruktion des Bauteils kommen wir mit dem Sackgranulat nicht weit. Also kommt jetzt so ein Dreigestirn, Konstruktion, Design, dann Werkzeugtechnik und Verarbeitung. Genau. Und natürlich trotzdem dieses Wissen um die Eigenschaften, weil die sich dann auch ändern, je nachdem welches Verfahren ich nehme. Also da habe ich jetzt so gerade Kunststoffe, super lange Moleküle, auf einmal fangen die an sich zu orientieren und schwuppdiwupp habe ich auf einmal keine homogenen Isotopen-Eigenschaften mehr und so weiter. Nehmen wir ein Beispiel, wenn wir einen gefüllten Milchbecher kaufen, mit so einer Aluschicht oben drauf, eines, ein Produkt und wir kaufen eine PET-Wasserflasche. Dann fällt uns der Becher runter und der Becher platzt auf und die Milch ist verstreut. Schmeißen wir die PET-Flasche runter, passiert nichts. Das ist ein Beispiel für Molekülorientierungen. Aber das eine ist tiefgezogen. Das eine ist tiefgezogen oder spritzgegossen, wäre egal, hat genau die ähnliche Orientierung für dünne Wandung und das andere ist spritzblas geformt. Ja, ja, eben. Das wäre jetzt wirklich ein bisschen zu kompliziert, das auch noch hier, ohne Bilder erklären zu wollen. Richtig. Aber ja, richtig. Also die Verarbeitung entscheidet massiv über die Eigenschaften. Wo liegt jetzt der Charme, sage ich mal, wenn wir jetzt bei diesem Dreigestirn, das passt uns natürlich gut als Kölner, wir lieben Dreigestirne, wenn wir jetzt über dieses Dreigestirn sprechen, wo ist der Charme jetzt zum Beispiel des Kunststoffes gegenüber metallischen Werkstoffen und wo mag jetzt hier an der Stelle der Fluch sein? Also der Charme ist in den Kosten. Also niedrige Verarbeitungstemperaturen beispielsweise. Ja, danke. Richtig. Und auch Rohstoffkosten auch relativ niedrig, ein Kilopreis. Das ist ein weiterer Fluch, dass die so niedrig sind. Also für viele Kunststoffe zumindest. Ja, genau. Ausnahmen gibt es auch da. Dann haben wir sehr hohe Werkzeugkosten. Mhm. Das bedingt, es wird nur wirtschaftlich, wenn wir höchste Stückzahlen produzieren, für Nischen ausgenommen. Formel 1 oder so wird jetzt nicht diskutiert. Den ist egal, ja. Also Wattestäbchen oder Strohhalm brauchen wir in Milliarden Stück. Und dann sind die Werkzeugkosten relativiert als Beispiel. Und das Design, das hat den Charme darin, wenn der Konstrukteur ein wissender Kunststoffkonstrukteur ist, dann kann er sehr viel Positives aus dem Bauteil machen. Dann wird er intelligenterweise den Becher, der dann beim Runterfallen platzt, aus einem Werkstoff kombiniert Design und Werkzeugtechnik so machen, dass der auch nicht bricht, wenn er runterfällt. Ja, als Beispiel. Also ist als Forderung abgeleitet daraus extrem wichtig, dass man die Kunststoffkunde kennt, die Verarbeitungstechnik tief kennt, die Werkzeugtechnik genauso und als Konstrukteur all die Hemmnisse und Chancen, die im Umgang mit Kunststoffen, mit jedem Werkstoff, bei anderen ganz genau so, nicht genau so, aber prinzipiell so, nutzen. Ja, weil ich habe das häufiger erlebt, dass also Firmen an bestimmten Stellen sagen, ja okay, hier möchten wir das Metallteil substituieren durch ein Kunststoffbauteil und dann aber hergehen und wollen das im Prinzip eins zu eins aus Kunststoff haben, was manchmal wirklich a, ein Problem wird und b, eben die Chancen gar nicht berücksichtigt, weil wir ja auch ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten haben. Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben hier mal Spundwände entwickelt aus Kunststoff, wenn ich die aus Metall mache, dann nimmt man eben diese Metallbleche und formt die dann aufwendig um und schweißt die dann zusammen, aber wenn ich einen Kunststoff dann extrudiere, dann kann ich ja in einer beliebigen Form extrudieren, das heißt, ich kann also auch geometrische, konstruktive Versteifungen gleich machen, kann Löcher vorsehen für irgendwelche funktionalen Dinge und und und. Funktionen integrieren. Funktionen integrieren, also da sehe ich eigentlich den größten Charme in der Kunststofftechnik, aber natürlich, wenn man, wie Sie richtig sagten, dieses Dreigestirn tatsächlich auch beherrscht. Also ein Metallteil nachmachen ist No-Go. Das ist zum Scheitern verurteilt, sage ich einfach Punkt. Ja, also zumindest würde man vielleicht 20% der Möglichkeiten überhaupt nur ausschöpfen. Klar, es wird irgendwie leichter werden. Richtig, aber tendenziell mehr als 20%. Also es wird auf gar keinen Fall optimal. Ja, genau. Also da sind wir uns einig, da wollen wir mal nicht über Zahlen streiten. Genau. Ja. Ja, aber gibt es denn, also einen Fluch hatten wir jetzt schon genannt, das eine ist also natürlich dann extrem hohe Stückzahlen, also das zumindest bei bestimmten oder bei vielen doch, bei vielen Verarbeitungsverfahren. Bei vielen, ja. Da ist es egal, ob Spritzguss oder Extrusion. Oder Kalandrieren oder Co-Extrusion oder, oder. Ich schmeiße das ja nicht für drei Meter an, so eine Anlage. Ja, ja, ja. Gut, deshalb gibt es ja jetzt die Anstrengung auch in Richtung 3D-Druck. Ja. Was ist Ihre persönliche Meinung? Geht da die Reise in die richtige Richtung? Also im Metallischen sehe ich da schon eine ganz gute Entwicklung. Im Kunststoffbereich bin ich tatsächlich immer noch ein bisschen skeptisch. Also 3D-Drucken, keine Frage. Wird, ist schon in verschiedensten Bereichen installiert. Bei Metallen haben sie gesagt, die MTU hat an die sechs Fertigungslinien für Statoren in Triebwerken. Und das ist da eine extreme Anforderung. Ja. Und die fertigen die. Bei Kunststoffen müssen wir wieder teilen. In der Medizintechnik ein Segen. Ja. Auch wenn noch Lücken da sind. Vor allem die ganze Lithographie-Geschichten. Genau, zum Beispiel. Wir sind überall in den Bereichen im Entwickeln. Auch bei den Metallen und 3D-Druck. Geht man langsam, geht man jetzt zu den Rotoren, was dann das eigentliche Sicherheitsbauteil ist. Also Medizintechnik, sage ich ja, plus. Obwohl es auch Minus gibt. Aber pauschal. Vor allem wegen der Möglichkeit zur Individualisierung dann auch an der Stelle. Ja, genau. Ich mache einen Scan und dann baue ich das Ding ein zu ein so nah. Richtig. Individualisierung. Beim Fensterrahmen, um mal bei meinen Beispielen zu bleiben. No way. In der Komplexität, wie der heute aufgebaut ist. Und eigentlich sagt man dann, ja, dann genau 3D-Drucken. Momentan nicht. Aber ich habe gelernt, es gibt so fantastische Entwicklungen, wo man dann sagt, ah, da habe ich nicht dran gedacht. Also insofern. Also ich bin auch guter Zuversicht, dass da noch Quantensprünge passieren. Aber wenn man jetzt halt so sieht, dass man ja in aller Regel bei den Filamenten gar keine Materialkennwerte mitgeliefert kriegt, weil man es auch nicht wirklich sagen kann, weil es so stark von der Verarbeitung wieder abhängt. Richtig, ja. Und man eben dann doch irgendwie nur im Bereich 20 Prozent der Werte liegt, die man vielleicht mit dem Spritzkurs erreichen würde. Ja. Also Nischentechnik im Kunststoffbereich keine Frage. Ja, ja. Schon Jahrzehnte. Und es gibt ja schon bestimmte Produkte, die tatsächlich damit gefertigt werden. Für kleine Stückzahlen hätte man das Rapid Tooling. Mhm. Haben wir auch vor 30 Jahren angefangen. Also ist eigentlich nichts Neues. Für große Stückzahlen sind wir auf einem gewissen Weg. Im Bauwesen sind die, um einen Sprung ein bisschen zeitlich zu spannen, ist man so weit, dass es Forschungsprojekte gibt, wo Garagenhäuser gedruckt werden. In Anführungszeichen. Also da ist man bloß, um es aufzuzeigen. Okay. So, also haben wir jetzt dieses Dreigestirn. Lassen wir mal hinter uns. Ach, Entschuldigung. Darf ich noch? Es hält mal was ein. Bei dem, mein drittes Beispiel war ja das Kettenrad. Ja. Und da haben wir den Namen gewählt, 3D-Skelett-Wickeltechnik. Also da haben wir das 3D schon im Namen. Das ist ein 3D-Druck. Mhm. Aber halt als Wickeln. Ja, okay. Ja, ja. Ein Wickelverfahren ist ja immer, wenn man so will, schon was in die Richtung gewesen. Genau. Das hätte damals keiner so genannt. Aber, ja. Heute gehen wir mit der Zeit. So, jetzt habe ich Sie unterbrochen. Entschuldigung. Und insofern ist es zu nennen im Engineering. Würde jetzt nicht eine riesen Bedeutung geben, aber es ist ein Punkt. Und bei manchen Bauteilen ist es ein definiert wichtiger Punkt. Ja, bestimmte Geometrien lassen sich auch in bestimmten Verfahren eben nicht fertigen. Richtig. Das ergibt es verschiedene Verfahren, weil die alle auch ihre Limitierungen wieder haben. Richtig, richtig. Genau. So, das nächste ist ein gewichtiger Punkt. Und das sehen die meisten gar nicht so. Die Oberflächentechnik. Ja. Ich freue mich, dass Sie das ansprechen, weil das sehe ich genauso, weil auch da hat man das in den Metallen ja auch schon lange gelernt, dass man viele Eigenschaften brauche ich eigentlich nur in der Oberfläche. Wenn ich also Härte, Abrasivität reduzieren will, dann brauche ich eine Oberfläche und will es aber gar nicht im Kern haben, weil der soll ja möglichst zäh sein. Genau. Und auch hier bei den Kunststoffen ist es eigentlich nicht anders. Also wenn ich UV-Schutz betreiben will oder Tribologie und so weiter, dann ist das alles Oberflächengetrieben. Richtig. So, und jetzt wenn wir ein Beispiel nehmen, lackieren, dann muss ich die Chemie wieder berücksichtigen. Einerseits will ich haben, dass der Lack gut haftet, sehr gut haftet. Dann brauche ich Additive möglicherweise. Pigmente und so weiter. Ich brauche Haftvermittler, wenn ich kleben will. Und ich klebe halt jetzt die Oberflänenschicht drauf, ist auch ein Kleben. Ich brauche, mir fällt gerade was ein. Wenn wir mit Stahlwerkzeugen Kunststoffe spritzen oder pressen, dann wollen wir, dass die Kunststoffe, wenn ich das Werkzeug öffne zum Entnehmen des Teils, wollen wir, dass das nicht im Werkzeug reinklebt. Nehmen wir Polyurethan, das ist ein glänzender Klebstoff und das machen wir in Werkzeugen und öffnen und dann haben wir es reingepappt. Da geht nichts mehr mit öffnen. Also muss man Formtrennmittel benutzen und danach dann will ich sie aber genau umgekehrt haben. Ich will sie lackieren und dann will ich, dass es gut hebt. Und dann habe ich noch das Formtrennmittel. Also beliebig kompliziert. Und auch da, wenn wir wieder zu unserer Frage mit dieser zirkulären Wertschöpfung zurückkommen, auch wieder das Problem, wenn ich es dann jetzt richtig super hingekriegt habe, heißt das ja, dass der Lack für alle Ewigkeiten darauf hält. Heißt aber, ich habe eigentlich hinterher jetzt nicht mehr Kunststoff, sondern ich habe einen Verbundstoff ja eigentlich, den ich so in der Form auch nicht gebrauchen kann. Das heißt, es müsste da auch wieder dann ja eine Lösung her, wie kann man dann das runterkriegen. Also das geht mit der Keule eigentlich nur chemisch, wenn überhaupt. Und mechanisch machbar, wenn es nicht so gut haftet. Wenn es gut haftet, weniger. Na ja, gut, mechanisch, ich könnte es jetzt mal runterschleifen, wenn man so will. Aber das ist ja wirtschaftlich undenkbar. Undenkbar. Ja, aber das wird dann irgendwann die Frage sein, wenn dann vielleicht einfach auch der Druck hoch genug ist, dass ich da zeigen muss, ich kann das Material, ich sage mal so und so viel Prozent davon wieder einsetzen, dann werde ich da Probleme kriegen an der Stelle. Richtig, also kann ich lackierte Polyurethan-Teile, die kann ich durch Chemie zu Polyol recyceln. Das Isocyonat kriege ich kaum wieder raus. Und das hat man aber alles gemacht, das ist Vergangenheit. Das ist wirtschaftlich unattraktiv. Ja, und in aller Regel dann so umwelttechnisch auch nicht ganz so unkritisch. Ich muss mit riesigen Mengen Lösemitteln arbeiten. Klar, die kann ich dann wieder zurückgewinnen, aber trotzdem jetzt nicht so. Und dann kommt hinzu, dass das Primär, das Neue, das Primär-Polyurethan billiger ist, als dieses aufwendig schlechter gemachte, schlechter erzeugte Polyurethan über Recycling. Na ja, ich meine, da muss man sich natürlich dann irgendwann über Sinnhaftigkeit von gesetzlichen Rahmenbedingungen Gedanken machen. Wenn ich das natürlich irgendwann forcieren will, muss ich auch sagen, okay, also ich sehe schon, dass man auch langfristig immer noch auch sozusagen Virgin-Material einsetzen muss, also neues Material. Aber das muss man wahrscheinlich dann irgendwann anders besteuern oder irgendwie anders bestrafen, dass man sagt, okay, ihr sollt eigentlich mit dem Kram arbeiten, den es auch so schon gibt. Wenn ihr jetzt meint, ihr müsstet unbedingt noch was Neues synthetisieren, dann kann es nicht sein, dass das eben günstiger ist, als mit dem Recycling-Material zu arbeiten. Also das ist ein Beispiel für Marktwirtschaft funktioniert an der Stelle nicht. Nein. Ja, weil das eine einfach billiger ist als das andere und damit… Ja, also ich meine, sie kann da funktionieren, aber dann muss natürlich dann wirklich das Bewusstsein in der Bevölkerung noch ein ganz anderes sein. Dass man sagt, okay, ich habe dann jetzt zum Beispiel nur irgendwelche Labeling-Systeme und die Leute sagen, nee, wenn das hier nicht zu so und so viel Prozent aus Recycling-Material besteht, würde ich das nicht kaufen. Genau. Und da sind wir ja auch noch nicht. Also im Prinzip wollen die Leute das zwar vom Lippenbekenntnis her, aber die Entscheidung trifft dann meistens dann doch immer noch der Geldbeutel. Richtig. Oder ich habe ein anderes Beispiel. Im Zug heute bin ich hergefahren, Sie haben es vielleicht erwähnt, ich weiß nicht. Und dann bekommt man ja freundlicherweise, bevor man aussteigt, bekommt man irgendwas gereicht und darf sich dann einen Keks oder irgendwas nehmen. Und aus hygienischen Gründen ist das natürlich eingepackt, das eine Keks. Einzelverschweiß. Ja. Und nehme ich jetzt da keins aus Umweltgründen, das wird mir angeboten, ich habe gerade Lust, also nehme ich eins. Und dann mache ich es auf und dann sehe ich, dass es innen silbrig ist und außen ist es die Kunststoffverpackung. Also wurde es, Oberflächentechnik, bedampft. Mhm. Mit Aluminium oder, das wäre natürlich ganz übel, oder mit Titan oder was weiß ich. Ja, aber nicht unüblich. Ja, ja. So. Und was mache ich dann mit dem? Obwohl das in der Bundesbahn große Massen sind, aber bei mir ist es nur noch das Einzelne. Jetzt schmeiße ich es halt in den Restmüll. Aber ich wollte nur sagen, das ist Polymer Engineering und das ist Umweltverschmutzung oder auch nicht. Vielleicht schmeiße ich es auch auf den Boden. Je nachdem. Genau, ich meine, das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Wo landet eigentlich der Müll? Das wäre einer der nächsten Schritte jetzt des Engineering. Ja, ja. Erst kommt die Nutzungsphase, die habe ich kurz beschrieben. Und dann, genau. Wie kann das dann überhaupt zurückgeführt werden? Und das Wichtigste wäre schon mal, dass man den Kram, also in die Umwelt soll es ja auf keinen Fall gelangen. Genau. Also ob man, wie sinnhaftig jetzt bestimmte Verbote von bestimmten Produkten sind, sei ja mal dahingestellt, weil sie denn ins Meer gelangt sind. Oder zum Beispiel, wo ich mich frage, ja, das muss ich natürlich unterbinden. Da dürfen Abfälle nicht landen. Richtig. Aber ist dann tatsächlich das Verbot dieser Produkte die Lösung? Oder muss ich eigentlich woanders ansetzen? Bewusstsein der Bevölkerung ist ein langer Weg. Ja, und wie gesagt, eben entsprechende Rücknahmesysteme, Pfandsysteme etc. pp., um das dann auch zu erleichtern. Für das Keks geht es nicht. Also da gibt es kein Rücknahmesystem. Da haben wir einen gelben Sack, der dann verbrannt wird. Genau. Aber was passiert mit der Aluminiumschicht beim Verbrennen? Das ist furchtig auch, ne? Atomisiert. Emission, Filter, Filter verstopfen. Oder, oder. Naja, aber jedenfalls ist das Aluminium auch als Rohstoff dann erstmal auch nicht mehr zur Verfügung. Die dünne Schicht geht nicht. Die ist aus dem System quasi rausgenommen, ne? Genau, genau. Weil, ich meine, jetzt haben wir jetzt bei Aluminium, haben wir vielleicht keine, kein Notstand. Aber, aber. Energie. Ein Energienotstand. Ein Energienotstand, weil die, 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 die eigentliche, die Gewinnung aus dem Ausbau-Xid ist natürlich riesen. Genau. Ein Energieaufwand. Und wenn ich es denn mal in Form von Aluminium habe, sollte es bitteschön auch in Form von Aluminium bleiben. Richtig. Und als solches immer wieder eingesetzt werden können. Also, ja. Ich beschäftige mich so ein bisschen mit Restmengen in Verpackungen. Und das wäre jetzt eine Restmenge Aluminium auf dieser Keksverpackung. Und wenn wir das hochrechnen, das wollte ich sagen, dann kommen da oft Tausende, also vielleicht jetzt hier nicht, aber ich bin selber immer erstaunt, was da rauskommt, wenn ich so eine Zahnpastatube, wo acht Gramm drin bleiben, ja, wenn ich die hochrechne, dann kommen Tausende Tonnen raus, weltweit, ja. Und die gehen alle ins Wasser und so weiter. Also, ich wollte jetzt bei dem Aluminium einfach sagen, das ist lächerlich, das einzelne Stück, aber die Menge ist gewaltig. Ja, und das dann wöchentlich und jährlich, ne? Richtig, richtig. Das ist ja das Ding. Und wir entziehen im Prinzip oder ziehen uns die Ressourcen raus und die sind dann irgendwie nicht unwiederbringbar. Irgendwo liegen sie ja in irgendeiner Form rum, aber sind erstmal nicht mehr in der Form für uns zu greifen. Ja, ja. So, Engineering ist Thema. Jetzt haben wir gestreift, die Kreislaufwirtschaft und die Umwelt. mir sind noch zwei Punkte extrem wichtig. Und die zählen bei mir seit Jahrzehnten in der Vorlesung zum Polymer Engineering. Und das ist die ganzheitliche Bilanzierung, also die Quantifizierung vieler Dinge, die wir jetzt so angesprochen haben. Und das ist die Ausbildung. Und da haben wir Ausbildungsmodelle entwickelt. Wir sagen Theoprax dazu, wo wir im Kern jetzt und nur ein Satz dazu, industrielle Problemstellungen in Schule und Hochschule, nicht in der Diplomarbeit, sondern in die ersten Semester bringen möchten. Und ich sage mal, da waren Sie Vorreiter, weil ich denke, das kommt. Also ich bin gerade involviert in verschiedenen Curriculumsentwicklungen von neuen Studiengängen, die wir tatsächlich vom weißen Blatt Papier anfangend konzipieren wollen. Zu sagen, nee, wir geben uns jetzt mal kein Korsett. Und ein Thema ist dann natürlich, dass wir direkt von Anfang an Semester 1 Projektaufgabenstellungen geben und dann schauen wollen, dass bestimmte Fragestellungen direkt an dem Problem gelöst werden sollen und dann im Prinzip der Input da passiert, wo er dann passieren muss. Und dann natürlich auch eine ganz andere Wissbegierde da ist. Motivation. Die Motivation, ich weiß, aha, ich komme an der Stelle nicht weiter, wenn ich bestimmte Dinge aus der Werkstoffkunde nicht verstanden habe oder bestimmte Themengebiete aus der Mechanik nicht verstanden habe, dann brauche ich jetzt hier nicht weitermachen. Ich brauche die Theorie, genau. Aber genau dann, also A, für die Motivation ist es gut und B, natürlich, dass man auch von Anfang an diese ganzheitliche Problemlösekompetenz auch erlernt. Weil, ich sage mal, in den letzten Jahren sind die Studiengänge schon ein bisschen mehr zumindest in die Richtung gegangen. Aber zu unserer Zeit war das ja, gut, wir hatten eine Gruppenarbeit, wo man mal so eine praktische Fragestellung hatte. Und dann, gut, Diplomarbeit war dann schon wieder sehr stark forschungsorientiert meistens gewesen. Oder Industrie. Das ist okay. Naja. Das machen wir seit Jahrzehnten. Ja, ja, genau. Aber dann im Prinzip, man kam dann in die Industrie, da gab es dann auf einmal diese praktischen Problemstellungen und man war eigentlich nicht wirklich vorbereitet, wie gehe ich jetzt so ein Thema überhaupt an. Ja. Also das sind Sie, wenn Sie das sagen, sind Sie Vorreiter, wenn Sie das hier machen. Und vielleicht haben wir ja noch eine Belegung, darüber zu reden. Also das TH Köln, was Lehrentwicklung angeht, in vielen Bereichen, schon seit etlichen Jahren jetzt Vorreiter ist. Weiß ich auch, ja. Und das macht mir natürlich auch Spaß, dass man irgendwie da auch gestalten kann und wo man sieht, dass da Manko ist, auch Sachen ändern kann. Aber ich finde es eben schon interessant und auch ein bisschen überraschend, dass Sie schon sagen, ja, ich habe das eigentlich immer schon auch als Teil des Polymer Engineering verstanden, dass eben auch tatsächlich diese Vermittlung passieren muss, weil es eben, es geht ja nicht um die Einzelbausteine. Richtig. Sondern ich muss ja dieses komplexe Themengebiet im Blick halten können. Exakt. Ich muss jetzt vielleicht nicht bei der Experte für jedes einzelne Gebiet sein. Nein, geht nicht, ja. Aber wenn ich jetzt nicht weiß, welche Möglichkeiten habe ich da überhaupt, wie beeinflussen die sich wieder gegenseitig, dann wird das eben nichts mit dem Polymer Engineering. Exakt, exakt. Das hatten Sie, Ausbildung, was hatten Sie noch gesagt gehabt gerade? Und die ganzheitliche Bilanzierung. Okay. Da kann ich eine kleine, haben wir noch Zeit, ja? Ja, ja. Da kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe mich, ich habe es ja am Anfang gesagt, 1979 kam ich an die Uni und 1984 habe ich mich für drei Jahre beurlauben lassen. Auch sehr untypisch. Und ging in die Geschäftsleitung eines mittelständischen Unternehmens und habe dort Produktentwicklung betrieben in der Automobilzulieferindustrie und in der Automobilindustrie. Und das Produkt der Firma war auf dem Bereich Duroplaste, also Polyurethan vernetzt. Und Wettbewerbsprodukte waren thermoplastisch. Es ging um Automobilverkleidungen außen. Und die Thermoplastleut haben die Karte Recyclingfähigkeit exzessiv gespielt. Und wir waren in der Defensive mit den Duroplasten, weil die Vernetzten weniger, nicht schmelzbar sind und deshalb nur als Füllstoffe sozusagen, wo einsetzbar sind. Und da habe ich üble Diskussionen, Kämpfe erlebt ums Thema Recycling. Und das hat mich so schockiert geprägt, dass dort mit Nullzahlen operiert wurde. Das war emotionales Kriegsgetöse. Das gibt es ja bis heute. Und das war der Punkt, als ich dann wieder an die Hochschule zurückkam, habe ich mir gesagt und mit meinen Mitarbeitern, wir brauchen hier Quantität. Und das war die Geburtsstunde von der ganzheitlichen Bilanzierung. Also eine Ökobilanzierung, die gab es da schon, aber erweitert nicht nur Umwelt und Wirtschaft, das war Ökobilanz. Wir haben es auf vier erweitert, nämlich Soziales und Technik hinzugefügt. Und das ist heute so weit, dass wir die Leute, die das machen, Weltmarktführer sind mit einer Firma, die 250 Mitarbeiter hat weltweit. Also da ist was draus geworden. Ja, aber jetzt so die meisten Bilanzierungen hat man ja schon mal gehört, aber wie muss ich mir jetzt eine Technikbilanzierung vorstellen? An sich ist das Polymer-Engineering. Da schließt sich der Kreis dann wieder. Ja, da schließt es sich, wirklich. Es geht los wie eine Ökobilanz beim Rohstoff über all die Stufen. Die Oberflächentechnik ist eine Energieschleuder, oft, und so weiter. Das Kreislaufsystem oder das Verbrennen. Und das dann jetzt umweltlich aufgegliedert nach Wirkkategorien. Also nicht bloß CO2, sondern Sommersmog, Dünger, also Eutrophierung. All die Wirkkategorien, nicht alle, aber die fünf wichtigsten, die wir haben, spielen hier eine Rolle. Und das haben wir 32 Jahre jetzt betrieben. 35 Doktorarbeiten habe ich nur in dem Gebiet betreut. Also da ist tief geforscht worden und man hat, war wichtig und ist wichtig. Ich denke, das ist wichtig, weil ich würde mir echt wünschen, dass genau dieses Thema deutlich größere Aufmerksamkeit bekommt, weil gerade diese Schlammschlachten oder diese emotionalen Geschichten führen ja auch in der Politik dazu, dass Entscheidungen getroffen werden, weil man irgendwie was an Entscheidungen vorweisen muss und man manchmal als Experte daneben steht und sich über die Sinnhaftigkeit doch sehr wundert. Und da würde es natürlich helfen, man hat tatsächlich solche Bilanzierungen und sagt, okay, wo sind denn jetzt eigentlich die großen Stellehebel? Genau. Was sind die Produkte, die wirklich eigentlich so nicht tragbar sind für die Umwelt, sodass wir da eigentlich rangehen müssen, wie auch immer. Oder für das Soziale, für den Arbeitsmarkt, für Kinderarbeit, das spielt alles da hinein. Und jetzt seit fünf Jahren, und jetzt kommt es raus in vier Wochen, haben wir den Schritt gemacht hin zu Schüler und Lehrer. Wir bringen eine Gabi heraus, ganzheitliche Betrachtung, das andere heißt Gabi, ganzheitliche Bilanzierung, und bringen jetzt ein Lernwerk heraus, womit Lehrer, Schüler in dieser Methodik am Beispiel eines Skateboards üben lassen und Bewusstsein schaffen. Ja, genau, also super Idee, weil ich, klar, man kann auch viel über Gesetze und so weiter steuern und regeln, aber mir ist natürlich der andere Weg immer lieber, dass man das tatsächlich über das Bewusstsein und die Leute, weil das ist die größte Stellschraube eigentlich. Exakt, exakt. Die dauert am längsten, aber sie ist die größte. Wenn ich sehe, dass irgendwelche Leute, ihr Getränke, einen Weg, Becher, obwohl ich schon in drei Meter Entfernung den Mülleimer sehe, trotzdem in die Büsche schmeißen, dann hilft es mir nichts, wenn ich das Netz von Mülleimern noch dichter mache, sondern da muss sich was am Bewusstsein haben. Genau, genau. Ja, also ich fand es zumindest ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir genau all diese Themen tatsächlich hier beim Polymer Engineering wiederfinden. Also für alle, die jetzt hier zuhören oder zuschauen, wer überhaupt nicht genug kriegen kann, kann auf alle Fälle sich die Bücher vom Kollegen Ayrab besorgen. Das sind nicht nur die Bücher, aber Polymer Engineering. Ich glaube, sie haben noch das eine oder andere Buch mehr auch auf den Markt gebracht. Ich bedanke mich jedenfalls an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Herr Bonnet, ganz herzlichen Dank umgekehrt für die Chance und für die Initierung auch von mir. Mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Dankeschön. Dankeschön.